Ob für jung oder alt, das Museumsquartier gilt als beliebter Ort, um sich mit Freunden oder Familie zu treffen. Der Nachteil? Der Vorplatz und die Innenhöfe des Areals werden aktuell noch von Beton beherrscht. Dadurch wird es sehr heiß. Dies soll sich künftig jedoch ändern. Mit dem Entwurf MQ in Morphosis entschied Landschaftsplanerin Anna Detzelhofer einen von MQ-Direktorin Bettina Leidl ausgeschriebenen Wettbewerb. Das Besondere an dem Entwurf, jeder Hof soll ein eigenes Thema erhalten. Im Haupthof soll ein mediterranes Flair für Stimmung sorgen. Im Fürstenhof soll künftig eine Dschungelstimmung herrschen. Und im Staatsrathof heißt das zukünftige Thema Pink Cloud. Am Vorplatz soll ein Parlament der Klimabäume entstehen. Bei allen Pflanzenarten wurde besonders darauf geachtet, dass sie klima- und hitzeresistent sind. Die Begrünung der MQ-Höfe und Außenflächen wird wesentlich dazu beitragen, die Aufenthaltsqualität am Areal zu erhöhen. Die Entscheidung traf eine Expertenjury. Umgesetzt sollen die Pläne in den kommenden drei Jahren werden. Das Alien ist ein weiteres Thema. Ein weiteres Thema. Untertitelung des ZDF, 2020